Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil Zero. Ja Leute, leider ist uns was passiert. Ich hatte die Aufnahme für die dritte Folge eigentlich beendet gehabt, habe das gerendert, aber leider hat mein Renderprogramm ein falsches Format. Ähm, benutzt und hat mein Gameplay leider, ähm, überschrieben. Ähm, genau. Mein Gameplay, ähm, war halt, wurde, ähm, was ich aufgezeichnet habe, ähm, wurde überschrieben. Ja, und dann war es halt so, dass ich nichts mehr, also nicht umändern konnte. Ich konnte es auch nicht mehr wiederherstellen, gar nichts. Und, ja. Jetzt fange ich hier an, wo ich zuletzt aufgehört habe. Und, ich erkläre, erzähle euch ja noch, ähm, was passiert ist. Wir haben den Rest des Zuges, ähm, untersucht, hatten dann, mussten das dann, ähm, Entgleis, ähm, zum, die Bremsen betätigen. Der Wasserhahn ist völlig trocken. Er ist vermutlich kaputt. Okay. Auf jeden Fall, wir haben versucht, ähm, die Bremsen, ähm, wegzubekommen. Und, es ist dann so gewesen, dass wir, dass wir dann halt, ähm, das Problem hatten, dass wir mehr wegen dem Zeitdruck mehrmals gestorben sind. Also, ich glaube, es war, okay, jetzt muss ich mal hier weg. Okay, erledigt. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir mussten dann die Bremse bestimmen. Wir hatten drei Minuten, ähm, Zeit gehabt. Dann war es halt so gewesen, dass wir, ähm, dass wir halt, ähm, ähm, nichts mehr hatten. Also, wir hatten halt die Zeit nicht mehr gehabt. Und mussten dann halt wirklich, ähm, diesen Code eingeben. Genau, wir hatten diese Karte von dem, ähm, Zug gehabt. Und mussten halt wirklich den Code eingeben. Was wir auch getan haben. Genau, wir haben das auch getan. Dann war es so, dass wir vorher mehrmals gestorben sind. Und, ähm, bevor wir da überhaupt wussten, wie wir das mit dem Code machen sollten, oder hätte machen können. Ja, es ist einfach nur reine Katastrophe gewesen. Und, ähm, weil... Ja, auf jeden Fall, wir wussten halt dann, ähm, wir haben halt den Code verwendet. Und, ähm, wir haben es dann nach dem vierten Versuch, also wir sind dreimal gestorben. Genau, wir sind dreimal gestorben und haben dann halt, ähm, wirklich den Code halt, ähm, die Tür ist verschlossen, aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Ohm ist das Bild einer Uhr eingraviert. Okay. Und, ja, das Problem war ja dann halt, dass wir dann halt nicht mehr weiter kamen. Also, wie gesagt, wir hatten dann es geschafft. Jetzt kam auch eine Videofrequenz. Ja, und dann war es halt so, dass wir, ja, wie gesagt, wir hatten halt, dann kam auch eine Videofrequenz hier in diesem Haus. Genau, hier kam auch noch eine Videofrequenz und, ähm, hier runter können wir gar nicht, Leiter, ja doch, können wir doch, wir können die Leiter hier runterklettern. Ja, ja, und somit war es halt für uns halt schwieriger, da überhaupt mal irgendwie voranzukommen. Ja, genau. Ja, ich guck mal, ob ich hier die Sachen da, ähm, aus dem Zug raus, ähm, weiter nehmen kann, oder, äh, ja, vor mitnehmen kann. Da war ihn ja noch, ähm, Flasche. Genau, wir hatten hier versucht, die Flaschen, ähm, ähm, jetzt haben wir den Kanitzer, die Flasche nehmen wir auch gleich mit. Und, ähm, ja, es ist eigentlich traurig, dass mal wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Diesmal war es, ich hätte auch wirklich beim Rendern bei der dritten Folge gucken können, dass wir, ähm, wirklich, ähm, dass er das in MP4 umwandelt und nicht in QuickTime, irgendein Format war es. Und ich hatte seit gestern versucht, die, oder seit drei Tagen versucht, die dritte Folge, ähm, online zu stellen. War aber leider so, dass wir, ja, war halt so, dass wir dann nicht, ähm, dass YouTube gesagt hat, nee, wir können das nicht hochladen, also immer, es sind halt immer Fehler, es sind halt Fehler aufgetreten. Ja, und somit muss ich hier wieder anfangen, leider. Ja, Leute, ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich habe auch vergessen, den Timer zu stellen. Ich habe jetzt auf die Uhr geguckt, wir haben es 20 nach, ähm, 3. Ähm, lasse mich so viertel nach, 5 Minuten spielen, wäre ungefähr, ja, da muss ich so zwischendurch auf die Uhr gucken. Ja, wie gesagt, es war halt sehr ärgerlich. Und, ja. Oh, und wir haben einen neuen Erfolg freigeschaltet und, ja, zum Recycling. Ja, Leute, ähm, das rüsten wir natürlich mit dir aus. Ähm. Hier liegt schon einiges. Und das Messer legen wir hier auch gleich mal ab. So. Wo kommen wir hier lang? Klar, wir gucken uns überall. Oh. Moment. Moment. Okay. Ja, es ist halt dumm gelaufen, sage ich mal. Aber. Und, wie gesagt, es tut mir auch wirklich sehr leid dafür. Der Wasserhahn ist rostig. Es kommt kein Tropfen Wasser heraus. Okay. Wir schauen uns aber hier mal trotzdem gerade. Ach ja. Geht ja so nicht. Okay. 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 Da liegt auch noch Munition. Na, komm. Ja, wie gesagt, im Zug bin ich dreimal gestorben. Beim vierten Mal hatte ich es endlich mal geschafft mit dem Code eingeben. Haha. Ja, genau. Ich habe es geschafft, Leute. Verschlossen. In der Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Okay. Moment. Ich gucke jetzt mal. Haben wir hier schon eine Karte? Okay. Hier kamen wir auch nicht. Ich sollte mir das doch einmal notieren, irgendwie. Dafür habe ich ja meinen Notizblock. Ich muss einmal gucken. Das ist von Resident Evil. Ich gucke, schreibt er mir das irgendwie. Irgendwo anders auf. Das ist zwei. Ja, machen wir hier. Erdgeschoss. E, G. Ich schreibe eben Zero hin, dann weiß ich Bescheid. Rechts. Feuer. Ja. Ja. Leider tut es mir wirklich sehr leid. Und... Es ist schon das zweite Spiel, was ich nicht auf... Was... Ähm... Wo ich... Da die Probleme hatte, dass die Folge nicht aufgenommen wurde. Also doch, hier wurde es ja aufgenommen, nur er wurde es in einem anderen Format gerendert. Und... Leider... 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 Natürlich... Okay, hier kommen wir nicht durch. Es wird wehtun. Ja, bei Resident Evil 2, dem Remake, ähm, war es ja so, dass der Aufnahme... Die Aufnahmeprogramm ja nicht... Nicht funktionierter. Na komm. Ich weiß, dass du da bist. Ach, ich will doch nicht raus. Leute. Ich krieg einen Freianfall. Ich wollte hier eigentlich rein. Und ich wollte eigentlich die Schränke absuchen, aber irgendwie war es doch anders. Die Leiter gehen wir gleich hoch. Ähm... Irgendwas lag hier. Genau, hier. Weißt du was? Einmal mit ihm. So, den haben wir schon mal. Ich weiß zwar nicht, wofür wir den hier brauchen, aber für irgendetwas brauchen wir den bestimmt. Ein Trot. Jetzt hat sie auch ein Gewehr. Jetzt muss ich einmal gucken. Was ist das hier? Untersuchen. Ist das eine neue Winchester? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warte. Wir nehmen... Wir nehmen... Er nimmt den Kanister. Wir gehen auch eh wieder zurück. Wir müssen ja eh paar Sachen ablegen. Haben wir hier alles? Soweit fertig. Ja, nur noch die Leiter. Dann gehen wir mal die Leiter hoch, oder? Hochklettern, ja. Ja, und seit vier oder fünf Tagen Kreia-EG habe ich die ganze Zeit Migräder. Was ein bisschen ärgerlich ist. Ich bin jetzt nicht mehr. Hier liegen Kräuter, sogar viele, und ich habe mit ihr, glaube ich, keinen Platz mehr, ne? Hm, das ist ärgerlich. Hm. Hm. Natürlich kann er natürlich aufheben. Ja, wie gesagt, mir wäre die Truhe halt hier doch lieber, wie man das ja auch in den anderen Resident Evil Teilen kennt. Die Tür wurde aufgeschlossen. Uh. Uh. Okay. Haha. Okay. Wo sind wir? Ah, das ist das mit den Schwertern. Aktiviere das Freigabesystem erfordert Systemdisk. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, wohl später lang hin, weil der will, dass wir eine Disc haben. Und die haben wir aber nicht. Na komm schon. Dann tauschen wir einmal mit ihm hier. Ja. Farbband. Kann er dich? Ach, ich hab keinen Platz. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Boah. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ich hoffe, in der Haupthalle. hier. Ah, hier. Guck mal. Dann können wir. Auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich vor ihnen und ein neuer Weg. Mal gucken. Okay. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Natürlich hole ich hier jetzt das Farbband mit. Irgendwie habe ich gerade das Problem. Ja, ich komme mit der Steuerung halt nicht klar. Das tut mir auch richtig leid, Leute. Aber es ist so, wie es ist. Und... Nee, warte. Warte, wir gehen jetzt hier mal runter. Wo war das mit dem anderen Farbband? Hier, ne? Ja. Dann können wir die hier nämlich ablegen. Ja. Äh. Das hier können wir auch mal ablegen. So, dann tauschen wir mal einmal wieder mit Rebecca. Äh. Ne, die behält mal schön. Erst mal das, was sie in der Inventar hat, behält sie mal. Ja. Dann gehen wir mal hier in dieser Tür rein. Hallo. Mal schauen, was uns da erwartet, Leute. Äh. Äh. Das ist dunkel. Das ist dunkel. Außer hier. Oh, hier sind... Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Äh. Sicherheitsstufe 5 Besprechungsorte. Okay. Erstes Obergeschoss 1. W. Kontrollraum. Ähm. Erdner, äh, eh, zweite Etage, denke ich mir, SO. Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0 8 15. Vielen Dank. Okay. Okay, dann weißen wir schon mal Bescheid. Hier ist noch eine Munition. Lieber Rebecca. Ach mein Gott. Ja, bitte. Einmal aufheben. Was ist hier? Oh. Okay, ich muss das mit ihm machen. Okay. Eine Winde. Die Winde. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 So, noch mehr. Okay, sind beide noch gesund. Okay. Oh Mann. Hier ist ein Kamin. Da, der Kamin, ein uralter Kamin. Es ist nur noch ganz wenig Asche übrig. Oh je. Oh Mann. Ja, auch hier gehen wir mal einfach mal alles systematisch hier durch. Der Regen hat nachgelassen, doch der Himmel ist noch mit dunklen, unheilvollen Wolken bedeckt. Die Tür ist verschlossen, aber es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Rum ist das Bild einer Uhr eingraviert. Äh, ja, was steht denn da? Okay, kann ich nicht lesen. Was ist hier? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hm. 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 Hmm, 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 hmm. Ich überlege gerade. Na, ich gehe jetzt nochmal auf Karte gucken. Hmm, hmm. Da sind Schwerter, da kommen wir nicht weiter. Ne, wir gehen einfach mal weiter oben gucken. Ach so, ja, stimmt ja, die ist ja von der anderen Seite verschlossen. Dann gehen wir hier mal rein. Obwohl, ich glaube, wir waren da schonmal drin, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, doch. Ne, hier waren wir ja. Hier kamen wir ja nicht weiter. Genau. Also wenn wir hier nicht weiter kommen, ich überlege gerade. Oh Gott. Ah. So. Waren wir hier schon mal? Wir gehen mal hier rein. Guckt mal hier, was hier ist. Eine Diskette. Ja, bitte. Mitnehmen. Mit dem Computer wurde vermutlich Datenbanken durchsucht. Jetzt ist er völlig verstaubt. Okay. Hier, warte mal. Hier haben wir eine Karte. Juhu. Guckt mal, wir haben eine Karte. Ist das nicht toll? Danke. So, wir sind in der zweiten Etage sogar. Oh, ein Farbband. Dieser Computer wurde erst kürzlich benutzt. Er scheint jedoch nicht mehr zu funktionieren. Die Bücher auf diesem Regal sind kompakt, aber voller fachchinesisch. Okay. Fachchinesisch. Okay. Kommen wir hier weiter. Diese Bücher. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Okay. Ah. Ähm. Leute. Ich habe noch nicht gespeichert, ne? Ich glaube, bevor wir hier jetzt in dem Raum weitermachen, gehen wir, glaube ich, mal wieder runter. Irgendwie. Wir kamen von da, ne? Genau. Und werden speichern, weil ich weiß echt nicht, was da kommt. Und ich habe da so meine Bedenken, was das betrifft. Deswegen gehe ich lieber speichern, lieber. Und dann gehe ich in Ruhe gucken. Und dann kann uns auf jeden Fall nichts passieren. Hoff ich mal. Ach so. Ja, ich habe was vergessen, ne? Bei ihm. Er sollte sich auch das Gewehr mal ausrüsten lassen. So. Ja komm, wir speichern mit ihm jetzt. Mit Billy. Wir holen uns das Farbband. Genau hier. Ja, bitte mitnehmen. Und hier. Da. Okay. Ja. Und dann speichern wir. Und ich gucke gerade auf die Uhr, weil ich weiß nicht, wie viel wir gesamt aufgenommen haben. Und kann sein, dass dann dieses Video kurz wird. Ich weiß es nicht. Okay. Achtmal gespeichert, Leute. Achtmal. So. Das sind Teilkräuter. Genau. Ähm. Das Farbband brauchen wir nicht mehr. Boah, Leute. Ich bin etwas durch den Wind. Nein, nicht durch den Wind. Und ich bin einfach sehr nervös gerade. Meine Hände schwitzen gerade. Und ich muss die mir erstmal gleich waschen. Ja, weil mit dem, was jetzt noch hier kommt. Zumals, wo bin ich denn jetzt hier rausgegangen? Sind wir hier raus? Ja, hier glaube ich, ne? Ich weiß echt nicht, was noch kommt. Und deswegen, ähm, ja, bin ich ein kleines wenig, ja, so, hahaha, aufgeregt und nervös und, ja, und daher, ich brauche echt mal gerade eine kleine, kleine Pause. Also, nicht vom Spiel jetzt. Aber ich muss wieder runterkommen. Also, ich habe, ähm, auch bei Resident Evil 3, dem Remake, da habe ich immer richtig Probleme, dass ich, dadurch, weil ich so viel Adrenalin habe, und da habe ich ja manchmal echt Probleme, abends oder nachts einzuschlafen. So, natürlich gehen wir hier wieder rein. Ich weiß nur nicht, was jetzt uns erwartet. Ähm, welche Tür waren wir denn jetzt? Ah, hier, ne, genau. Ne, da muss Billy. Billy hat nämlich das. Diese Kurbel, ne? Der Aufzug scheint betriebsfähig zu sein, aber erst muss jemand einsteigen. Ja, Rebecca. Ja, Rebecca. Okay. Okay. Aufzug benutzen. Ja. Oh, Mann. Ah, Hilfe! Nein, nein! Lass mich! Geh runter! Ach, meine Güte! Noch bin ich gesund, Leute! Noch bin ich gesund, Leute! Hahaha! Ich wusste doch, dass ich, ähm, dass es besser ist, dass ich irgendwas... schießt. Ich schieß lieber mehrmals als gar nichts. Hier liegt auch was. Hier liegt auch was. Hier liegt nochmal noch eine Schrot, ähm, Schrot. Da liegt ein Heilspray, ja, hm, das Farbband, ich hab Farbband, legen wir mal ab, oder? Ja, komm, legen wir mal ab, das Farbband, ähm... Ja... Kann ich nochmal runtergehen? Mal gucken... Er ist nur nulzlos. Verdammt! Okay. Ja. Leider ist es jetzt so, dass ich mit Rebecca so weit gar nichts aufnehmen kann. Okay. 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 Aua, diese verdammten. Aua, lass mich in Ruhe. Ja, liebe Rebecca, du bist noch gesund, ne? Ja. Leider hast du auch keinen einzigen Platz mehr. Das ist scheiße gerade. Leute, das ist scheiße. Weil hier liegen noch Kräuter. Hier liegen voll viele Kräuter. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oder wo lang ich gehen soll. Mal gucken, was ist hier. Okay, hier geht's gar nicht. Dann gehen wir mal mit ihr hier rein. Vielleicht finden wir ja da was. Vielleicht auch nicht. Es ist nur doof. Wo bin ich denn hier? Oh. Oh, oh. Weißt du was? Ich rüste mal das hier aus. Weil ich weiß jetzt nicht, was jetzt kommt. Da sind Schwerter. Gerät zum Aufwickeln der Kette, ja. Rebecca kann dies nicht bewegen. Na super. Dafür brauchen wir natürlich Billy. Ja, hier ist was. Da kommen wir aber auch nicht dran. Kommen wir hier runter. Gucken wir mal jetzt, wo wir hier lang kommen. Oh, ich weiß gerade nicht. Oua. Lass mich doch mal in Ruhe. Ouch. Gut, dass ich immer Heilung dabei habe. Aber ich kann das Objekt nicht ertragen. Aber das kann ich tragen. Da ist noch Munition. Hier liegt auch noch was, aber das kann ich auch nicht tragen, na. Nein. Scheiße. Hier kommen wir, glaube ich, noch gar nicht hin, na. Nein, verschlossen in der Tür ist ein Wassermotiv. Wo bin ich denn jetzt eigentlich mit Rebecca? Wir sind hier. Okay. Okay. Ich glaube, wir gehen da gleich nochmal hin. Ja, wir gehen wieder zurück. Also wir werden nicht weiter gehen. Also hier kommen wir ja eh nicht weiter. Daher gucke ich gerade. Das war zu Billi kommen. Was ist hier? Die Tür wurde aufgeschlossen. Wo kommen wir hier rein? Ah, hier. Okay. Wo war Billi nochmal? Okay, wir müssen gucken, dass wir mit Billi wieder hier rauskommen. Aber hier ist ja auch noch eine Tür, na. Geht's da nicht auch rein? Verschlossen. Okay, die ist verschlossen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, wir speichern dann einmal. Und dann werde ich mich für heute dann wohl... ...verabschieden. Da ist wieder Wasser... ...feuer. Hier durch... Ja. Oh Mann. Hier muss ich lang. Jetzt bin ich hier. So, dann kann ich Billi einmal... ... Nee. Nein. So. Das geben. Dann... ... ... Das hier einmal weg Was? Statur Nein Ja komm, nehmen wir jetzt die Statur Verwenden Und verwenden So Und dann speichern wir Wir holen jetzt mit Rebecca Nämlich das Farbband Na komm Rebecca, Farbband Ja Weißt du was Nehmen wir den Den Kerl Nehmen wir Billy Billy weiß Wie man Farbbänder Aufsammelt So Leute Ja tut mir leid, dass ich so heiser bin Weil Ich Ein bisschen Ja Gestern Mir Film Film Angeschaut hatte Ich hatte so Mich so erschreckt Dass ich einen Schreianfall bekommen hatte Und dadurch Bin ich halt heiser Aber Leute Das war's fürs Erste Mit Resident Evil Zero Und Ich wünsche euch alles alles Gute Viel viel Spaß Unterstützt mich doch Indem ihr Mich abonniert Und Auf Däumchen nach oben Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen Ja Ja und Ich hoffe es hat euch gefallen mit dem Video Es tut mir wirklich leid, dass das mit dem Zug nicht weitergegangen ist Da das Renderprogramm leider ein ganz anderes Format benutzt hatte als das was ich wollte Und Daher tut mir es leid, dass da ähm fast 50 Minuten Spielzeit weggegangen ist Und ich hoffe ihr nehmt mir das nicht wirklich übel, denn Das war nicht beabsichtigt, dass dieses Programm, was ich habe, ähm, die Datei von dem Gameplay Wirklich überschreibt Das wollte ich nicht Ich hatte das wirklich so eingestellt gehabt, dass er da eine Zweitkopie macht Aber leider hat er es doch und, ähm, die Datei überschrieben Und daher tut es mir aufrichtig leid Und ich wünsche euch wirklich alles Gute Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Resident Evil Zero Auf Wiedersehen